Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler, YouTube-Glockengießer Der Geheimschrank »Ich weiß, was du zu Weihnachten kriegst«, behauptet Michel. »Was denn?« fragt Katrinchen. »Verrate ich nicht. Bäh! Alle Mädchen sind neugierig«, sagt Michel und grinst. »Ziemlich frech«, findet Katrinchen. Michel ärgert seine jüngere Schwester gern. Und diesmal ärgert sich Katrinchen wirklich sehr. »Mädchen sind kein bisschen neugieriger als Jungen«, protestiert sie. Aber Michel lacht nur, wieder ziemlich frech. Da hat Katrinchen eine Idee. Sie beschließt, sich zu rächen und Michel ganz, ganz neugierig zu machen. Am Nachmittag schließt sie sich in ihr Zimmer ein. An ihrer Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift »Zutritt strengstens verboten«. Sie bastelt zwar nur am Weihnachtsschmuck für den Bazar in der Schule, aber das braucht Michel ja nicht zu wissen. Er kümmert sich anscheinend auch gar nicht darum. Laut pfeifend geht er an der Zimmertür vorbei, als sei ihm das Schild »Schnurzpiep« egal. Katrinchen lässt jetzt die Tür einen Spalt offen. Auf ihrem Schreibtisch steht eine große Schachtel. »Für Michel« steht drauf. Michel liest es im Vorübergehen aus den Augenwinkeln. Aber er tut natürlich so, als habe er nichts gesehen. Dann ist die Schachtel verschwunden. Die Tür zu Katrinchens Zimmer steht weit auf. An der Schranktür hängt ein Zettel. »Geheimschrank! Bitte nicht öffnen!« Einen Tag hält es Michel aus. Am zweiten schleicht er in Katrinchens Zimmer und dreht ganz zufällig am Schlüssel der Schranktür. Aber aufmachen tut er sie nicht, weil in diesem Augenblick Katrinchen aus der Schule kommt. Am nächsten Tag ist Katrinchen bei ihrer Freundin eingeladen. Sie wollen zusammen zum Weihnachtsbazar. Michel ist allein zu Hause. Auf einmal zwickt ihn die Neugier so, dass er es nicht mehr aushält. Er geht in Katrinchens Zimmer. Vorsichtig dreht er den Schlüssel um. Die Schranktür geht auf. Am Ärmel von Katrinchens rotem Anorak hängt ein weißer Zettel, auf dem steht in Druckbuchstaben »Ha!« »Wusst ich's doch! Du bist der Neugierigste von allen!« Da ärgert sich Michel unheimlich. Als Katrinchen wieder zurückkommt, sieht sie ihn gespannt an. Er sagt nichts, aber sie ahnt den Grund für seine schlechte Laune. Michel versucht sich nichts anmerken zu lassen. Aber dass Mädchen neugieriger sind als Jungen, hat er von diesem Moment an nie wieder gesagt.